Ja, das war ein perfektes Timing. Na, du kannst nicht mal. Die scheinen aber doch ein bisschen gut organisiert zu sein, diese bösen Hoodloops. Ach, weißt du was? Na, wenn du zu fehler den Anzug dafür. Das dauert mir natürlich ja zu lange. Ich muss ihn sowieso holen. So. So weit weg? Warum muss er die denn dahin teleportieren? Oh, Grafikfehler. Mach erst mal die Tür auf. Ja, 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 ja. Nicht freuen, sondern Sparschweine aufmachen. Los. Geht doch. Und weiter. Komm, Globox. Bei Fuß. Echt, mein Tier. Findest du dich aufgeregt? Es gibt sogar Pflaumen. Ich liebe Pflaumensaft. Pflaumensaft? Ich liebe Pflaumensaft, solange er vergoren ist. Okay, wir brauchen eine Pflaume. Da ist eine Pflaume. Genieße deine Umgebung. Kann man die irgendwie nehmen? Kann man die irgendwie nehmen? Nee, ne? Scheiße. Kacke. Wenn ich wüsste, wie man die nehmen könnte. Kann man die nicht irgendwie nehmen. Come on. Hallo. Ah, okay. Ja. Ich bin der mit der Pflaume. Yeah. Ja, der mit der Pflaume. Ich glaube, ich nehme, ja, die Daumen hoch. Dafür stecke ich mir sie dann in den... Nein, nein. Okay. Ich hör auf. What the fuck? Mach das mal richtig hier. Geht doch. Hallo. Ich stehe mich echt dämlich an. Nein. 72... Ah, 62%. Das ist so. Naja, aber ein neuer Bonuslevel freigeschaltet. Oh man, ich bin so schlecht. Ich denke, wie viel haben die denn da aufgebaut in der kurzen Zeit? Läuft. Und ein neuer Do... Eine neue Dose. Und zwar Orange. Meine frühere Lieblingsfarbe. Jetzt ist aber Schluss mit den Verkleidungen. Wir müssen dringend zum Arzt. Ist das nicht cool? Ist das nicht einfach mal geil? Hoppala. Das ist doch geil. Deine eigene Rakete lenken. Komm ich da nicht durch? Na klar, komm ich da durch. Scheiße. Okay. Ich denke mal, ich muss sie hier... ...durchschießen. Na, das schaffen wir auch. Joom, joom. Wäääh. Lach mal nicht so ästlich. Das ist so komische Steuerung. So verkehrt herum. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Komm on, komm on. Blowbox, halt den Mund. So einfach geht das. Oh, ja, klasse. Du bist der Beste. Können wir jetzt gehen? Gleich. Ist das nicht gut? Das war keine Sekunde zu früh. Oh, yeah. Bleib hier, bleib hier. Ich seh' ich sie gleich hier. Ist viel cooler. So, und... ...wann ich mich noch erinnern kann, war, dass da oben noch was war. Genau. Haha. So gut bin ich. Und sowas, sowas merke ich mir. Klar, sowas schaltet ein Schalter um. Yeha. Aber ihr seht ja, wie schnell der Anzug vorbei ist, wenn man nicht genau an der Dose steht. Rote und so viele Schweine. Das ist doch krass, oder? Sind wirklich, also... Wie lange war ich denn auf dem Surfbrett, dass sie das hier alles aufbauen konnten? Äh, Kumpel, du qualmst. Der sieht nicht gesund aus. Yeah. Komm her. Komm her. Wir bekommen die grüne Dose. Und können damit, wie jedes Mal, die runterdrehen. Und, oh, gleich die blaue. Super. Ach, Mann. Sesam, öffne dich. Wozu das gut ist? Sowas fragst du, Globox? Da war der Elektroschlag. Cool. Ach, da ist halt unser Qualmi. Na klar. Ruf uns ab. Wie komm ich jetzt da hoch? Hallo? Ah. Hilfe? Ja, dich rette ich auch noch. Schau mal. Ich wüsste gerne, wo lang. Ehrlich. Moment, Moment. Ich muss jetzt erstmal... ...hier irgendwie durchblicken. Äh... Geht das da hinten auf die Kisten hoch? Sieht nicht so aus. Hä, wie komm ich denn jetzt weiter? Moment, 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 Moment. Ist das jetzt irgendwie... ...oh, das war doch nicht so schwer. Ich muss schon eine ganze... Ah, okay. Ernsthaft. Come on. Ja. Na klar, wüsste ich da nicht noch. Ein Fass! Oh. Wie kann das denn ordentlich sehen? ...oh, Gott. Okay. Sehr schön. Aber ich hab, glaub, da draußen noch... ...ne Holztür gesehen. Oh, was erleichtert. Momentchen. Ja, da oben geht's irgendwo hin. Was ist das? Kann mir doch einer nicht sagen, dass das nichts zu bedeuten hat. Nö, ich will das nicht. Ich will eine rote Dose. Rote Dose, bist du hier? Nein. Warum nicht? Hallo. Hm. Dann gucken wir mal. Da sind noch mehr Münzen. Äh, Mann, wieso Münzen? Und nochmal. Neu? Oh, was war das denn? Na bitte. Das sind bestimmt Speicherpunkte, oder? Oh, was gibt's denn da? Was gibt's denn da? Was gibt's da? Hilfe! Wo komm ich denn da hin? Hm. Moment. Ich hab zu sehen. Ah. Die Nummer 6. Warum man kriegt denn mehr Leben? Super. Hm, Diamant. Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt eine rote Dose und können da hinten die Tür aufmachen. Ich wusste gar nicht, dass du einen Willingsvermöner hast. Wie kann man von Flomsaft betrunken werden? Okay, außer wenn er gärt, aber... Da muss er echt verdammt lange da schon stehen. Doin. Dann gehen wir mal weiter, vielleicht finden wir denn dann eine Dose. Ich glaube, ich werde hier noch sehr oft Dose sagen. Ah, guck mal mal. Da steht wieder einer. Ich geh mal von hinten hin. Äh, also... Gegen den Rand, was nichts gebracht hat. Super. Oh, 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 oh. Komm doch mal stehen. Ich will spielen. Ey, ich will nicht angreifen. Okay, was jetzt? Momentchen, noch ein bisschen die Münze. Diamant? Nein, Diamantmeinserin. Alles okay, Kumpel? Bestimmt. So, ich werde jetzt nicht alle Diamanten holen, das wird mir sonst zu lange dauern und ich werde auch ein bisschen vorankommen. Ah. Ah. Geheime Kloskowski. Dann schauen wir mal da unten nach, was es da so schönes gibt. Ah. Nummer 1. Ich muss noch im Handschuhfach nachschauen. Vielleicht schaffen wir es ja, bis dahin hinzulaufen und dann die Tür zu öffnen. Mal sehen, was dahinter sich verbirgt. So, dazu muss ich jetzt mal gucken, woher lang wir müssen. Ja, das kann man doch gar nicht schaffen. Misschaffbar. Ne, keine Chance. Ich bin verwirrt. Na ja, man kann ja nicht alles haben. Dann werden wir erstmal so weiterspielen. Wie war denn die Dose? Oh, und hier ist noch ein Schwein. Schön. Okay. Oben war auch eine Holztür und dann werden wir mal hinsprinten. Oh, das war knapp. Das war knapp. Hihi. Ich muss losgehen und meine Kröten gießen. Deine Kröten gießen? Habe ich das richtig verstanden? Achso, ich muss mich ja beeilen. Scheiße. Jammet. Warum gehe ich denn jetzt ganz runter? Das war doch hier, oder? Ja. Komm an, Rayman. Schaffste. Sprinten kann man leider nicht, soweit ich weiß. Nummer drei. Und war mal rot. Was das alles für Ausreden sind. Anstatt die Welt zu retten, müssen sie ihre Schuhe zu bringen. Können wir mal ein bisschen helfen. Außer, dass sie die Dosen da lassen. So. Ein und... Schon ärgerlich. Egal. Weiter geht's. Da unten, Rayman. Da ist die Praxis des Heilers. Wir haben's geschafft. Jippie. Juhu. Lass mich mal lachen. Du bist ein Schwabbel. Nummer vier. Ich bin los. Der Kloskirchen. Was? Hier gibt es nichts weiter, soweit ich sehe. Können wir gleich gerade zulaufen. Ich bin los.